Herzlich Willkommen zu unserem dritten Mauterner Markttag. Mich gefreut es auch, dass wieder Gäste aus Nahenfernen da sind. Die Familie Süß aus Niederösterreich nur als Beispiel oder unser Süß-Louise aus dem Pflegeheim ist auch wieder da. Herzlich Willkommen, einen großen Applaus für unsere Gäste hier zum dritten Mauterner Markttag. Ich bin stolz auf meine Gemeinde, wenn man schaut, da ist wirklich der ganze Ort auf den Beinen, die Vereine, Einsatzorganisationen, Schulen und die da noch mit. Wir ziehen einen Strick, wir machen Gemeinschaft, dieses Fest und wenn man fleißig arbeitet, glaube ich, kann man auch gescheit feiern und das will man heute sagen. Und wir haben sehr viel auch wieder für die Jugend unten beim Schwarzenberger Kinder, Golferanlage, dann haben wir einen Kletterturm, eine Hupfburg, eine Kinderbetreuung, ja ganz viele Sachen. Und alle Preise bei unserer Heimatrallye gibt es heute auch wieder. Danke an den Sponsoren. Was war der Sinn, dass man das eingeführt hat? Wir haben vier Kirtag gehabt im Mautern und es war nie was los, zwei, drei Standl. Da haben wir gesagt, machen wir was Gescheites und ich habe das dann als Gemeinde in die Hand genommen. Wir haben das auf die 40 gestellt und ja, jetzt rührt sich wirklich was, jeder ist zufrieden und wir haben ein gescheites Fest, wo wir gemeinsam auf unserem schönen Hauptplatz hier im Mautern feiern können. Nicht zu vergessen waren die Ehrungen. Johann Glatz und Tamara Dipler wurden mit dem goldenen Ehrenzeichen der Marktgemeinde Mautern ausgezeichnet. Wie bei jedem Fest dürfte auch der Bieranstieg zur Feier des Tages nicht fehlen. Wie bei jedem Fest dürfte auch der Bieranstieg zur Feier des Tages nicht fehlen, sondern wir haben ein Gescheites, das ist 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 ein Gescheites. Ja, das ist ein Gescheites, 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 das ist Musik 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 Musik